Ich weiß doch genau, als wäre es gestern gewesen, da waren der Professor und ich in Buenos Aires und ich versuchte den Professor zu Kultur zu überreden, unter anderem waren da so Statuen und ich hab gesagt, ey lass mal zu verschiedenen Statuen gehen und die irgendwie angucken, zum Beispiel solche Sachen hier, ist doch eigentlich voll geil, Prof, da sitzen halt so Leute rum, da kann man sich einfach so daneben setzen, ist doch top, wollte der Prof nicht. Und dann war da so eine geile Kathedrale, mitten in Buenos Aires, Eintritt frei, wollte der Prof auch nicht reingehen und hier ist jetzt wieder so eine geile Kathedrale und da würde ich gerne mal von dir wissen, lieber Professor, würdest du da reingehen? Würdest du in diese geile Kathedrale reingehen, mit mir zusammen, wenn der Eintritt frei ist? Prof, erzähl mal, was du davon hältst und mich würde auch von euch interessieren, seid ihr eher Kulturmuffel oder nehmt ihr solche Sachen irgendwie mal mit, weil das ist ja eigentlich ganz cool, oder? Ich find's ganz cool. Vielen Dank.